Wenn wir so ein richtig schönes, großes Heimkino im Wohnzimmer betreiben wollen, ja, dann sind noch zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Das ist zum einen die Helligkeit, dass ich auch tagsüber oder bei viel Licht noch gut was sehen kann. Oder eben auch den Kontrast, um wirklich ein dynamisches, kontrastscharkes, tief wirkendes Bild zu bekommen. Und da musste man sich in der Vergangenheit einfach immer entscheiden. Möchte ich also eine besonders helle Leinwand oder möchte ich eine besonders kontrastscharke Leinwand und verzichte auf Licht? Und das ändert sich spätestens heute mit der brandneuen Apollo Motion Bright. Denn die schafft nämlich genau diesen Spagat. Maximaler Kontrast bei maximaler Helligkeit. Und genau die sehen wir uns heute im Video an. Herzlich willkommen bei Heimkino Raum. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Tja, im Wohnzimmer ein richtig großes Bild von, sagen wir mal, 130 Zoll Diagonale zu bekommen, ist überhaupt kein Problem. Mit einem Beamer und einer Leinwand funktioniert das fantastisch. Und zwar nicht nur am Abend, sondern das kann auch tagsüber gut funktionieren. Damit das aber maximal Spaß macht, braucht man im Wohnzimmer schon besonderes Equipment. Und gerade die Leinwand ist ein ganz wichtiger Baustein für so ein Heimkino. Und es sollte meiner Meinung nach unbedingt eine hochwertige Hochkontrastleinwand im Wohnzimmer sein. Warum ist das so? Ihr wisst, wenn ihr eine weiße Leinwand nehmt und der Raum ist sehr hell, dann wird das immer so ein bisschen milchig und kontrastarm ausgewaschen aussehen. Das kennt man vielleicht aus dem Office, das kennt man vielleicht von zu Hause. Das hat den Hintergrund, dass man die Leinwand Oberfläche, das weiß, das man sieht, ist zeitgleich auch das tiefste Schwarz. Wir können ja mit dem Projektor kein Schwarz projizieren. Also nehmen wir die dunkelsten Stellen immer nur so dunkel wahr, wie wir eben auch gerade die Leinwand Oberfläche sehen. Die können wir nicht dunkler machen. Jetzt kann man natürlich abdunkeln. Da sieht eine weiße Leinwand auch schon deutlich besser aus. Aber eine weiße Leinwand hat die Eigenschaft, die strahlt die Fuß in alle Richtungen ab. Das heißt, wenn ich jetzt da Licht draufgebe in Form von einem Beamerbild, dann strahlt die Leinwand das nicht gezielt zum Zuschauer zurück, sondern die Fuß in alle Richtungen. Das bedeutet, die Decke wird aufgehellt, die Wände werden aufgehellt, der Fußboden, die Wand vielleicht hinter euch, der Raum wird heller. Haben wir ja gerade gelernt, wenn der Raum heller wird, ausgewaschenes Bild wollen wir nicht haben. Wir brauchen also eine andere Lösung und die heißt Hochkontrastleinwand. Eine gute Hochkontrastleinwand hat sogenannte streulicht absorbierende Eigenschaften. Lasst euch also nicht täuschen. Es gibt einfache Leinwände, da steht dann irgendwie Contrast Grey drauf oder High Contrast, was auch immer. Und oftmals ist das dann nur ein graues Tuch. Was wir aber haben wollen, ist ein graues Tuch, das das Licht auch in gewisser Art und Weise bündelt und zielgerichtet zum Zuschauer reflektiert. Und so hat diese neue Apollo Motion Bright ein ganz besonderes Tuch. Das ist erst mal in der Tönung grau, so mittelgrau. Es ist nicht zu dunkel, es ist nicht zu hell. Maßvoll, sodass wir von Haus aus einen verbesserten Schwarzwert haben. Natürlich wird aber auch das Bild dunkler mit einer grauen Leinwand. Also ist hier nochmal eine spezielle Beschichtung hier drauf, die das Licht wieder verstärkt und zwar zielgerichtet. Das bedeutet, wenn ich gegenüber der Leinwand sitze, wird das Bild heller als bei einer einfachen grauen Leinwand. Ja, es wird ein bisschen dunkler wie bei einer weißen Leinwand, aber das ist auch ein Effekt, den wir unbedingt haben wollen. Und dadurch, dass das Ganze jetzt zielgerichtet passiert, wird der Raum nicht mehr aufgehellt. Das heißt, die Lichtinformation wird direkt zum Zuschauer reflektiert. Die Decke wird viel weniger aufgehellt, genauso wie die Seitenwand, der Fußboden etc. Das heißt, euer Raum ist dunkler, euer Bild ist nicht ausgewaschen und sieht wirklich kontrastreich, plastisch und dynamisch aus. Das ist eine gute Hochkontrastleinwand. Die Apollo Motion Bright wird in der bekannten Manufakturqualität in Norditalien gebaut. Und ja, das sieht man natürlich auf den ersten Blick. Das Design hat hier ganz klar einen hohen Stellenwert. Es ist also ein super kompaktes Leinwandgehäuse. Mattweiß lackiert, in der Tropfenform, fällt also kaum auf. Es ist wirklich kein Eyecatcher. Man versucht diese Leinwand also so elegant wie möglich und unauffällig wie möglich in den Wohnraum zu bringen. Und das gelingt den Italienern einfach unglaublich gut. Die Standardmaße findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung, wenn ihr auf den Link klickt zur Apollo Motion Bright. Tja, und dann gibt es aber noch andere Varianten. Wer jetzt also sagt, nee, diese Backfall-Leinwand, Backfall bedeutet, die Leinwand fährt hinten raus. Also das Tuch kommt hinten aus der Leinwandkassette raus. Man braucht vielleicht eine Frontfall-Variante, wo das Tuch dann nicht hinten, sondern vorne rauskommt. Dann gibt es hier also die Apollo Motion Bright Design. Da fährt das Tuch dann vorne raus. Dann hat man elf Zentimeter Platz zwischen der Rückwand und dem Tuch. Und das ist natürlich super, wenn man dahinter ein Fernseher hängen hat oder ein Bild hängen hat, vielleicht ein Fensterbrett, was auch immer. Dann ist das eine ganz super Variante, um die Leinwand eben trotzdem schön in die Ecke zu bringen, damit sie eben nicht auffällt. Und für diejenigen, die das super professionell machen wollen, klar, es gibt auch die In-Sealing-Variante. Mit einer Deckeneinbau-Kassette könnt ihr das Ganze dann flächenbündig in die Decke einlassen. Und weil das Ganze eben in der Manufaktur passiert, könnt ihr auch eure Sonderwünsche hier mit einbringen. Das heißt, wenn ihr spezielle Anforderungen habt an die Größe, zum Beispiel 2,85 Meter muss das Gehäuse breit sein, weil genauso breit auch der Schrank ist, der dahinter steht, ist das überhaupt kein Problem. Dann bestellen wir die halt in der Größe. Das dauert halt dann vier Wochen Lieferzeit und wird dann für euch genauso gefertigt, wie ihr das haben wollt. Optional gibt es auch die Gehäuse-Varianten in matt-schwarz. Wer das Ganze also im Keller betreiben möchte und die Wände eben entsprechend dunkel gestrichen hat, der kann hier auch die schwarze Option haben. Am meisten begeistert aber hier natürlich die Bildqualität. Und ja, der Bildeindruck, der beginnt eigentlich hier schon mit diesem rahmenlosen Design. Das sieht einfach klasse aus. Das Bild schwebt in der Luft und hat noch den riesen Vorteil, dass wir quasi ja bis zum Rand, bis zur Seilspannung fast das Bild im Prinzip projizieren können. Bei minimal großem Kastenmaß, denn der Kasten ist nur wenige Zentimeter breiter als das Bild und das ist auch einzigartig. Der Motor ist also oben in dieser großen Wickelwelle mit eingesetzt und trägt nicht nochmal extra seitlich auf. Also das ist super elegant und man verzichtet hier auf diesen breiten schwarzen Rahmen, den man oft von den weißen Lamenten kennt. Und bei den weißen Lamenten ist der ja auch super hilfreich, denn im Wesentlichen ist das eine optische Täuschung. Durch diesen schwarzen Rahmen täuscht ihr euer Auge und ihr denkt, dass die dunklen Bildinhalte tatsächlich dunkel bzw. schwarz sind. Was wir aber bei so einer guten Hochkontrastlampe gar nicht brauchen, diese optische Täuschung, weil sie sind einfach dunkel bzw. schwarz. Und das sieht man natürlich sofort. Besonders wenn wir hier diese Lament mit einer weißen Lament vergleichen, merkt man, tagsüber ist die weiße Lament ein bisschen heller. Wenn wir hier ausgehen von einem Gain von 1,0, ja dann haben wir bei der weißen Lament tatsächlich die maximale Helligkeit. Aber man sieht natürlich auch, das Bild wirkt tagsüber etwas ausgewaschen, ein bisschen milchig, so wie ich das eingangs erläutert hatte. Und wenn wir jetzt hier die Apollo Motion Bright mal ins Bild einfahren, dann sieht man ja, das Bild wird ein bisschen dunkler. Aber nur wenig dunkel in den hellen Elementen und verstärker nimmt man das wahr in diesen gemischten Bereichen. Da, wo wir eben das auch haben wollen, wo das Bild eben dunkler sein soll, gerade ja in sehr dunklen Elementen, haben wir jetzt schon, ja, einfach den Kontrast hergestellt. Wir haben Schärfe erzeugt dadurch. Das Bild wird also klarer und es wirkt schärfer. Und das ganze Spielchen können wir am Abend auch machen. Ihr seht, wenn wir abends hier auf der weißen Lament, was uns ansehen, ja, da sind die Wände aufgehellt, die Decke ist aufgehellt, das Bild wird wieder etwas milchiger. Und auch die schwarzen Balken oben und unten, die sind nicht wirklich schwarz, sondern die sind gräulich. Wenn wir jetzt die Apollo Motion Bright reinfahren, wird das Bild wirklich minimal nur dunkler, aber es bleibt, also es wird so klar. Es wird brillant, es wird dynamisch und plastisch. Und das ist eine wahre Freude. Das ist ein echtes Highlight und es hat immer noch so viel Punch und so viel Leuchtkraft, wie man das nur selten sieht. Und jetzt möchte ich hier mal einen Vergleich ziehen, weil unsere Benchmark, unsere absolute Referenz ist die Apollo Motion Dark. Die Apollo Motion hat ein Gain von 0,6. Die Apollo Motion Bright von 0,8. Das heißt 0,2 Gain mehr. Und das ist also ein Unterschied in der Helligkeit, den man deutlich wahrnimmt. Ist das jetzt ein Riesenunterschied? Ich würde sagen, nein. Kann man ihn sehen? Ganz klar. Wir haben das Ganze natürlich auch bei uns hier in der Ausstellung aufgebaut. Wenn man hier den Vergleich mal kurz anstellt, dann sieht man, die Apollo Motion, die dunklere, die bietet einen noch besseren Schwarzwert, aber man verliert etwas Helligkeit. Eignet sich hervorragend für Projektoren über 2000 Lumen oder für welche, die von Haus aus nicht so einen optimalen Schwarzwert haben. Ja, BenQ W 4000 zum Beispiel. Super heller Projektor. Schwarzwert ist schon ganz gut, aber nicht auf Referenzniveau. Da ist das die perfekte Leinwand. Epson LS 11000. Ganz besonders haben wir hier bei der Apollo Motion einen enormen Schwarzwert-Booster hier mit eingebaut. Wenn wir die Bright nehmen, Apollo Motion Bright, dann ist das eigentlich die Leinwand, die man haben möchte, um maximale Helligkeit zu haben. Ja, der Schwarzwert ist nicht ganz so stark verbessert wie bei der klassischen Apollo Motion, aber es ist schon relativ dicht dran und dafür kriegt man aber nochmal ein bisschen mehr Punch ins Bild. Also für alle Projektoren, die nicht so superhell sind, Suni XW 5000, ist das ein hervorragendes Match. JVC-Projektoren, die auch von Haus aus einfach schon ein super Schwarzwert haben. Da kann ich hier einfach nochmal Helligkeit rausholen, Kontrast rausholen, dann ist das ein richtiger Booster. Also das sind tolle Kombinationen, die gut funktionieren und wir stehen euch natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ihr da noch Fragen habt, ruft uns gerne an. Unten findet ihr die Telefonnummer in der Videobeschreibung und dann helfen wir euch natürlich gerne an der Stelle die richtige Leinwand zu finden. Oder noch besser, kommt in den Heimkinderraum in eurer Nähe und schaut euch das Ganze einfach mal live an und dann finden wir sicherlich auch für euren Raum und euer Budget die richtige Lösung. Natürlich gibt es aber nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Bei so einer gerichteten Leinwand, wo das Licht gezielt zum Zuschauer reflektiert wird, da hat man auch in der Regel einen eingeschränkten Betrachtungswinkel. Der ist hier laut Herstellerangabe bei 45 Grad. Wenn man also hier von der Seite drauf schaut, wird das Bild dunkler. Bei 45 Grad merkt man das eigentlich noch gar nicht so richtig. Wenn man aber so richtig schräg von der Seite drauf schaut, dann sieht man, dass das Bild dann doch etwas dunkler wird. Es ist also nicht die richtige Leinwand, wenn ihr ein offenes Wohnzimmer mit Wohnküche irgendwo da drüben habt und ihr wollt von der Wohnküche auch super schräg hier noch auf die Leinwand schauen und wollt dann auch eben dieses helle, brillante Bild haben. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist diese Leinwand nicht geeignet. Wenn ihr aber gerade davor sitzt, dann profitiert ihr einfach von diesem Extra Plus an Helligkeit. Die Montage dieser Leinwände ist auch ziemlich einfach. Da ist ein mitgelieferter L-Winkel dabei. Dann könnt ihr die je nach Belieben an die Wand oder an die Decke montieren. Die Leinwand wird einfach eingehängt und kann dann sogar noch in der Horizontalen nach Belieben verschoben werden. Man hat hier also noch viel Luft für Messfehler mit eingeplant. Dann wer das Ganze selbst nicht installieren möchte, wir stehen euch natürlich gerne mit unserem Installationsteam zur Seite, das ihr optional buchen könnt. Wer also auf der Suche ist nach einer richtig besonderen Leinwand für sein Wohnzimmerheimkino mit maximaler Helligkeit, aber auch maximalem Kontrast mit einer Verbesserung im Schwarzwert und das eben kombiniert mit einer tollen Haltbarkeit und einer schlichten, eleganten und dezenten Installationsmöglichkeit, der macht definitiv mit der Apollo Motion Pride alles richtig. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Like da. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, servus und auf Wiedersehen.